So, die Aufnahme läuft. Mal gucken, wer es wird. Und damit ein herzliches Hallo sagen die Hockerzocker. Heino und Angelo. Boah, das wird ja so laut hier, ne, mit dem Heli. Obwohl ich jetzt schon leise gemacht hab. Mach doch hier den... Du bist ja zurückgehalten mit dem Schimpfen, ne? Ach, du weißt doch, das nehmen wir hier nicht so ernst. Ich bin ja mal gespannt, ja. Ja, bisher hab ich euch nur eine Folge, die ich mit dem Reiming aufgenommen hab, die jetzt okay ist, die ich so hochladen kann. Alle anderen... ...war nicht so gut. So, dann bin ich wieder ganz... Boah, hast du das zu Essen gemacht? Das war ja grad mal drei Minuten, wo du weg warst. Nein, ich mach gleich. Ich muss ein bisschen Wasser kochen. Ach so. Ich kann auch kochen, nicht so alt genug. Nee, aber nicht das. Äh. Mit der Zeit. Ja, dann kannst du mir das Spiel beitreten, wir sind auch schon drin. Wir machen mal einen Bodenkrieg. Nee, mach ruhig. Ach so. Hast du jetzt das Mikrofon? Oh, da sitzt er. Jawoll, zwei ineinander. Immer noch? Immer noch. Obwohl es mal gut gegangen wär. Ja, ja, meistens ja. Auch im Arsch gewesen. Ich hab mich da drauf gesetzt. Da war die eine Ohrmuster. Ich hab mich drauf gesetzt. Ja, hab ich ja drauf gesetzt. Die eine Ohrmuster. Ich hab mich gebrochen. Und die kann ich jetzt mit Sekundenkleber festmachen? Ja. Ich weiß noch, vor vier Jahren oder was. Ja, seitdem ist sie... Kann ich nur nicht drehen. Ach so. Ja, bei mir ist ja schon ein USB-Transmitter am Arsch. Ach so. Äh, der Bluetooth-Transmitter. Er tut aber doch, als du drohst im Kabel, ne? Äh, negativ. Ich hatte nur mit... Ach, da hab ich ja schon lange wie im Jahr. Seit Jahren ist das Ding im Arsch. Oh. Jetzt bin ich ja geblendet. Moment. Die stürmen mich gerade. Ich hab noch sieben Schuss in der Scheiß-Knarre. Hab ich zu spät gesehen. Ne, also ich hab das nur mal... Nur das Programm kann ich nicht mehr finden. Für die, das weißt du wohl die Stimmen verstellen und so ne Scheiß. Ja, ja. Oh, ich hab mich nicht... Ich kenn... Oh nein, ich seh nix mehr. Ich leb noch. Ey, ich leb wirklich noch. Unglaublich. Oh, einen hab ich noch mit der Pistole. Oh, ich hab die Drohne. Ich brauch irgendwie ne neue Knarre. Keine Munition mehr, ey. Ich hab noch 3 Schuss. Wo krieg ich Munition her? Ach so, du kannst ja... Liegen... Ne, die liegen... Ah, ich seh sie, ich seh sie. Ich seh sie, ich seh sie. Ich seh sie. Die Gebäuden liegen inzwischen durch solche Kisten. Ja, ja. Hab ich jetzt. Oder Palette oder was auch immer. Ich kenn sogar noch, wo ich zum Ablegen seh ich grad. Ich... Oh, komm, mach. Oh, luck dich... Ah, ich dachte... Wie ist hier gestorben? Ohne Scheiße! Ich dachte, das war einer von meinen Freunden. Aber auch keiner Freund. Kacke! Kacke, kacke! Das lief so gut. Da sind nicht deine Freunde. Ja, hab ich auch gemerkt. Aber nicht wirklich gut. Ohne Scheiß. Das muss ich rausschneiden. Das ist gut. Wenn der Rest nix wird, aber das war gut. Dann nimmst du auf, oder was? Ja, ja. Ich nehm mal auf. Und dein Rechner packt das noch, obwohl die Grafik ein bisschen hergestellt hat. Ja, klar. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ich find das sowieso, ey. Ja, ja. Ich hab ja auch einen Desktop-Pizze. Nicht so einen schwulen Laptop wie du. Ich werd mir sowieso jetzt... Ich werd mir sowieso einen Tower kaufen. Ah, Scheiße! Ja. Jetzt überlege ich mal. Mein Laptop ist drei Jahre alt. Ja, ich sag dir schon seit Jahren so, wie ein Tower. Ja, ich will dich jetzt auch machen in euren Wohnungen. Ich ziehe jetzt wieder um. Schon wieder? Ja, nach Dortmund. Ja, bei uns ist die Bude hier am Schimmel. Wie Sau. Wie Sau. Er macht nichts. Ja. Oh, hier seh ich nichts. Auf dem Berg steht ein Panzer. Ja, ich versuch den Hutschropp abzuknallen. Ja, ich versuch den Hutschropp abzuknallen. Okay, ja, du brauchst... Du baust für den Heli ein bisschen mehr als ein Magazin, seh ich gerade. Hast du einen Raketenwerfer, Angelo? Nee, ich hab nur eine Pistole als Zweitwaffe. Auf diesem Berg steht nämlich ein Panzer. Du schießt die ganze Zweitwaffe. Ja, jetzt könnten wir einen gebrauchen, den er einen Raketenwerfer hat. Wenn ja einer eigentlich gerade Wasser zum Kochen bringen müsste. Könnte er ja... Ah, Fernkämpfer. Duck dich, duck dich! Oh, scheiße. Bin gerade geboren. Falsche Taste. Ich hab nicht selbst geblendet. Ich hab die falsche Taste benutzt, weil ich hab ja mein Battlefield, hab mich da einmal hinlegen. Auf die Taste. Scheiße. Sorry. Ah, ich muss aus dem Gebäude raus. Das ist kacke hier. Das ist toll. Ich muss erstmal gucken, wo wir jetzt hier... Ja? Ich bin schon tot. Irgendwie hängt meine Maus. Mein Kabel hängt so ein bisschen. Das ist doch einer. Langweilig. Ja. Ach, nee. Wieso? Auf dem Semester ist er ja jetzt. Ja, fängt jetzt irgendwie nicht zu tun. Fängt jetzt ja bald an. Ah, verdammt. Hab nicht aufgepasst. Fängt ja nächste Woche an. Da hab ich übrigens Urlaub in der nächste Woche. Eine Woche. Wusste ich gar nicht mehr. Hab ich voll vergessen gehabt. Ach, wo soll ich hin? Bevor ich zu Hause bin. Ey, ich spawne, dann kriegt der eine Blankgranate in die Fresse. Das find ich ja cool. Also meine Schicht ist ja, ich komm ja nach Hause und du gehst so aus. Ja. Sucht er sich ja selber aus. Ja, klar. Das weiß ich ja. Steh doch nicht hier unten. Hast du einen Raketenwerfer? Ich hab keinen Raketenwerfer. Ja. Nein, nicht du. Ja, der ist doch gar nicht da. Der ist doch noch Wasser gebrochen. Ja. Ich bin doch nicht da. Ich muss weniger quatschen. Ich sterb jetzt so, weil ich mich unterhalte mit dir. Boah, die heißt ja gut. Schöne mal. Ha. Endlich mal gestorben und eingeküllt. Nein. Oh, nicht mehr abgeknallt. Das lief so gut, ne? Wir nehmen Delta ein. Eko wird gesichert. Was hat ihr mal gesehen auf Foto? Nee. Ich komm jetzt von da. Der Mann ist alt. Oh, da sind ganz viele. Da sind ganz viele. Und hinten sind auch viele. Überall. Überall. Und Granate. Ah. Scheiße. Dome Sau, die. Aber das mit den kacken Namen geht mir auf den Sack hier. Echt, die sind zu weit oben. Ach, da ist ja noch einer. Ey, wieso spawne ich immer bei Gegners? Ich spawne ich bei B, ey. Das ist hoffentlich ein bisschen ruhiger. Feindliche Drohne über uns. Okay. Hab ich geirrt. Einer ist tot. Toll. Hab ich ihn erwischt, den Hund. Ja, ich ihn auch. Feindliche Drohne über uns. Geh. Kann ich Muition hier hinlegen? Ach, so geht das. Muss gelegt halten. Ach, hinter mir. Ah, warum guck ich? Ich guck gerade weg vom Eingang, da kommt der lang gelaufen. Also B ist auch ein heißer Pflaster. Feindliche Drohne über uns. Scheiße. Meiner will nicht nachladen, so. Oh. Wer schießt denn hier? Wo auf wen, ey? Ich hol's ab. Du kannst mal gestartet. Ey, warum hängt mein Mauskabel? Aber kann das gut aussehen. So. War der Hubschrauber jetzt kaputt? Ich glaub nicht durch mich, aber... Verflügelte Drohne in der Luft. Starte Überflug. Wo bin ich jetzt hier? Ich hab nur noch 14 Schuss. Ich brauch Muni. Jetzt hab ich keine Feldausrüstung mehr bei. Scheiße. So, ich hab den Muni. Ich brauch Muni, ich brauch Muni. Ist das Muni? Ne, ist ein Koffer. Starte Überflug. Jetzt ein Versorger, ne? Jetzt brauch ich einen Versorger. Ja. Versorger, ne? Ich fahr ja aus dem Hockplatz hier und wird direkt geschossen. Wer ist das? Ha! Mit meinen letzten Patronen haben wir noch einen gekillt. Jetzt haben wir nur die Pistole. Ah! Ah! Warte, das war mein. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid. Ah, hier ist Munition. Feindliche Drohne über uns. Letziere Playmonds! Nein, wir müssen nicht fassen, sonst nachladen. Aber genau, jetzt bin ich unter die Konsolensammler gegangen. Ich hab in den letzten Tagen, glaub ich, 70 Konsolen in der Welt bestellt. Ich bin ja der Meister von Ebay. Ja, aber auf der Arbeit hab ich nebenbei gearbeitet und Ebay gemacht. Hauptsächlich Ebay nebenbei gearbeitet. Zu langweil haben wir. Nein, der Heino ist schuld, weil der hat mich angeschickt mit seiner Sammelei da. Die Sammelsucht. Was denn, was sammelst du denn? Ich hab nur gerade mit Ebay neben der Arbeit Ebay. Konsolen. Na, ernsthaft? Ja. Ich hab jetzt den NES, den... Oh, ich bin tot. Aber ne Mini oder original? Nein, die normalen. Also die originalen? Ja, die originalen, genau. Und die Spiele kommst du jetzt auch, oder? Ja, klar. Aber gut, ich hab ja die Switch zuhause. Die haben jetzt den NES-Simulator auf die Dings gemacht, auf die Switch geballert. Ja, das ist auch cool. Super Nintendo. Und die Super Nintendo. Da hast du momentan das harte Spiel, da kommen immer zwischendurch neue Spiele dazu. Mhm. Und da hab ich mir gedacht, ich wollte mir auch erstmal den NES holen. Und, äh, so können wir die neu kaufen, aber... Hab ich dann gelesen, bei der Switch, ne, auf die Neuigkeiten, oh, die ballern das rein. Also, hier fängt das an. Ja, hab ich da schon mal einen anderen da, wenn du... Ah, hinter mir! Wenn du die Original-Dinger zackst. Ja, sicher. Also, von der Steuerung bei der Switch, Alter, der Super Mario... Alter, der bei dir... Nach zwei Runden Mario... Äh, Mario Kart eigentlich tun so die Finger weh, weil die... Die verkrampfen so dermaßen, ne? Boah! Aber ich find's gut, dass die was machen. Mit den alten Teilen. Find ich gut. Also... Ich mein, du kannst ja mit dem Controller, äh... Wenn du einen Controller hast, kannst du ja normal spielen, aber... Ja, genau, über diesen Controller. Aber die Knöpfe sind so klein, wenn du am... Hier am... An der Switch spielst, ne? Verkrampfung in den Daumen, ne? Ja, ist schon ne geile Sache sowas. Ich hab gestern hab ich Super Mario hab ich fast drei Stunden lang gezockt. Im zweiten Teil. Super Mario? Ja, ja, auf dem Ende ist. Alter. Lost, ne? Lost Level, irgendwie sowas heißt das, ne? Ähm... Ja... Ich glaub, ja... Aber ich hab... Boah! Boah! Ich hab mir sowieso ne Super Mario, äh... Emulator auf dem Links auf dem... Äh... Ich hab mich mit dem Ding auf PS3-Kontrolle auf. Ja, Mario ist ja der Klassiker von Nintendo. Okay, mich hat's erwischt. Weil ich wieder gequasselt hab über Mario. Aber egal. Muss man ja machen, ne? Ab und zu muss man auch mal über was anderes reden. Da kann man auch lang laufen. Jawoll! Doppelabschuss! Ihr Ficker! Ich hör mich ja hier an. Legt euch nicht mit dem Hocker-Zocker Ficker, kommt man nur an. Oh, noch einer! Oh, ich bin tot! Ich hab... Halt erst mal ne große Fresse aus. Ja, die holen sich jetzt den ganzen Gebäudekomplex zurück. B, C, ich bin jetzt bei C gespawnt. Ach, C ist der Scheiß mit der Brücke. So, einfach... Einfach draufhalten. Oh, die Ballern... Oh, die Ballern... Scheiße! Der kann mit dem Fallschirm kamen. Ja, wie geht das denn? Mit dem Fallschirm? Das ist ja geil. Wo bin ich jetzt? Lenk-Granate. Hahaha! Hier ist die, glaube ich, jetzt sechs Lenk-Granaten explodiert, ey. Und ein EMP. Oh, C! Mal, jetzt knallen, wo ich sie gegenseitig hab. Alter, da geht mir nie ab. Also, C ist mehr als ein heißes Pflaster. Da oben ist der Scheiß-Panzer. Da oben ist der Scheiß-Panzer. Da oben ist der Scheiß-Panzer. Da muss man aus dem Weg fahren, aber irgendwie ein bisschen erschrocken. Also, hier bei C-Heilung geht richtig die Action ab. Da kann ich mir nur empfehlen. Bei der Brücke. Ah, Blink-Granate. Ich bin gelindet. Nicht gut. Ich sehe nichts mehr. Ich habe jetzt einen Scheiß-Panzer da runter. Ah, einer von meinen. Scheiß. Die ganze Zeit da oben. Wenn ich da oben stehen würde, wäre ich schon wieder zehnmal tot. Jaja, da kennt man doch. Aber wieder Blink-Granate. Ich brauche Muni. Renn doch weg, du Idiot. Ah, verdammt. Der wollte hier nicht rennen, der Asse. Da haben wir am C verloren. So, ich bin jetzt bei D und guck mal, ob ich jetzt... Ah, hinter mir. Geil. Gerade gespawnt, du wär tot. Das ist doch scheiße so was. Ah, durch den Panzer. Er hat eine Rakete reingeschossen. Ja, schon wieder. Ja, das gibt's doch nicht. Also langsam wird's echt lächerlich. Der ballert da ohne Ende rein. Ja. Und du kommst auch nicht da hoch. Nee. Weil du ja diese, diese S-Kurve da fahren musst. Und in der Zeit, wenn du da wendest, dann knallt er die ab von da oben. Ich geh einfach hier jetzt rechts am Gewollten lang. Wenn ihr gleich fertig seid, dann könnt ihr kurz auf mich warten, weil ich bin gleich zwei Minuten dran liegen von da. Ja, ja. Dauert ungefähr genau so lange, ob wir fertig sind. Hä? D wird gesichert. Hä? Wie ist ein Fehler beim Abfuhr? Wie ist ein Fehler beim Abfuhr? Wie ist ein Fehler beim Abfuhr? Oh. Da hinten. Er wird schon benutzt. Versuch's nochmal jetzt hier. Ja, D kannst du aber nicht vergessen. Also D ist zu gefährlich. Ich geh jetzt bei E und rechts außen rum. Rechts. Ich will mir den Panzer holen. Achso. Ja, so ein Panzer sind uns gerade vorgefahren. Wenn der weg ist da. Mach den Tod. Achso. Warum stirbt die Sau denn nicht? Achso. Das ist ja nicht. Achso. Von hinten, ey. Verbündete Drohne in der Luft. Starte Überflucht. Nein. Ey. Ich will nicht immer Spawn-Rick tot sein. Ist doch scheiße. Was? Wie war das denn jetzt? Okay, so war das Komm schon, lass mich bei dem Was ist hinter mir? Hä? Ach, dieser scheiß Heli hat durchs Dach geballert Ja, ich krieg den auch nicht abgeknallt Ich hab auch keinen Panzer jetzt hier Ja, ich seh dich Jawoll Na, ich bin bei dir gespawnt Was macht die alle hinten hier? Vorwärts immer Männer Vorwärts immer, rückwärts immer Oh, hier kommt jemand runtergeflogen Ach, ein Panzer Also irgendwie schwindet man Radar gerade Ja, das macht jetzt Ah, Niederlage Oh, hör mal Nächte Runde, die kann man doch benutzen Wie sieht die Statistik aus? Oh Gott ey 20 Mal gestorben 93 Kills ey Scheiße Na, egal So, und damit sagen Jokka Zokka Tschüss Ja, komm, wir gucken uns mal an Aber jetzt Tschüss 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 Aus